Game Keys und Game Cards MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Wir eigentlich nichts mehr brauchen Okay, das haben wir geschafft So Heimweg würde ich sagen Wir sind durch Diese kleine Höhle gekommen Wir haben es geschafft Nein haben wir nicht Hier ist noch was Hätte ich fast gesagt Wir werden fertig Und zack kommt irgendwo Ein neues Loch her Was man nicht erklären kann So Heimweg Natürlich erstmal suchen Ich hoffe mal dass der Heimweg Leicht zu finden sein wird Ja okay Er wird leicht zu finden sein Hier haben wir die Box gebaut Damit wir weiterbuddeln können So gesehen Oh Wir sind hier falsch Oh oh Achso Ja hier Oh Lapis Lazuli Das nehmen wir noch mit Das arbeite ich jetzt ratzfatz hier mit der Diamantspitzhacke Boah wir haben eine Diamantspitzhacke Leute Da ist er weg So Steine haben wir genug Einmal nach oben bitte Hier sind noch mehr Monster Das hört man richtig Ich bin echt verzweifelt Wie viele Viecher doch hier in der verdammten Höhle leben Huch So Frischluft So ein bisschen Wenigstens wieder zubuddeln Nicht dass ich nachts da einfach mal aus Versehen rein plumpse oder so Tät auf jeden Fall weh Von daher Möchte ich das ja irgendwie vermeiden So Dann würde ich mal sagen Wir machen jetzt erstmal eine kleine Bestandsaufnahme von dem Kram Was wir gefunden haben Das Baumhaus sieht cool aus Gefällt mir Man hat vor allen Dingen eine super geile Aussicht So Dann machen wir erstmal Ein paar tausend Steine daraus würde ich sagen Viele Steine bekommt man nämlich aus Lapis Lazuli gar nicht raus Dadurch Dadurch dass Man halt sehr viel dadurch belegen muss So Mehr Steine sind nicht drin Dann können wir hier schon mal anfangen Äh Eisenerz Eisenerz Gold So Wunderbar Sonst haben wir nichts ne Wir haben ja noch jede Menge Lapis Lazuli Sehe ich gerade Hier ist ja noch mehr Auch schön Zack So Ist das auch fertig Gut Dann gehen wir erstmal in den Keller Und schauen uns das Ganze mal im Detail an Habe ich noch genug Holz Ja wunderbar Ich habe hier noch eine Werkbank irgendwo Hier ist sie Perfekt So Eine Kiste Okay Eine Kiste Reicht erstmal vollkommen aus für den Kram Den ich da reinsetzen möchte Nämlich Wetstone So Oh Oh Gefährlich So Kein Stück Aber hey Ein bisschen Dramatik muss man auch reinbringen Oder Hier kommt also Wetstone rein Dann würde ich sagen Kommt Äh Moment Haben wir noch Nein Echt nicht Bin ich blind Tatsache Wir haben echt kein Holz mehr So Ich gucke jetzt erstmal Dass ich hier Steine raushole Ähm Stufen Und so weiter Weil das ist ja kein Abfall Definitiv Das zähle ich aber momentan alles als Abfall Erde ist auch kein Abfall Jetzt habe ich wieder irgendwas in die Tasche geworfen was ich nicht brauche Erde da ist wunderbar Kohle ist auch kein Abfall Das Golderz sind wir oben am verarbeiten Dann kann das direkt mitverarbeitet werden Sonst irgendwas drinne was direkt weg kann Nein So Die Steine rein Oben drüber die Steinstufen Bruchsteinstufen und so weiter Hier ist Erde schon drinne Dann packen wir auch Erde mit rein Hier ist dieses komische Steinmaterial drinne Moment Dann haben wir noch ein bisschen Nicht der Kies So Viele sagen ja auch Ich kann das auch bearbeiten Werde ich dann demnächst mal schauen Holz 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 Ist auch noch Holz drinne Ja Dann machen wir hier Eisen Und drüber Kohle Allerlei Diamanten Oder sagen wir mal Edelsteine So wie Lapis Lazuli Obsidian und so weiter Das sind für mich so Edelsteine Die da rein gehören Normale Steine Pack ich hier mit rein So Den Apfel Den kann ich jetzt essen So Laps Lazuli Obsidian Demanten Wunderbar Hapa Hapa habe ich auch dabei Äh ja Nochmal kurz was kauen Falsch Hier oben Zack Naja Quatsch Hier war das Genau So Vor Schreck Vor Schreck habe ich doch Mein Hähnchen Weggeworfen Guckt euch das an Hallo Wer lässt mich hier nicht schlafen Du Komm runter Ich glaube es hackt hier langsam Man kann nicht mal in Ruhe schlafen hier Ohne angegriffen zu werden Das ist eine Unverschämtheit Ein böses Zombievolk Bah So Dann wollen wir doch mal in Angriff nehmen Der Raum Der in die andere Welt führt Den würde ich gerne hier rein meißeln Eins Zwei Drei Vier Ne Ja genau Schaufel habe ich dabei Ne Ja gut Was ist das denn jetzt Wo kommt das Sag mal Oh Okay Ja gut Kann ich ja wieder zumachen So ist es ja nicht Ist ja jetzt nicht so Schlimm Ach ja Ich bin gerade provisorisch in meinem Kopf am Formen wie nochmal das Obsidian Tor aussieht Also das Höllentor so gesehen zum Neter Sah das nicht so aus Wenn man das so gesehen hier an die Wand macht Hier würde dann der Eingang sein so gesehen Man käme hier rein Epischerweise Natürlich in ein Zweier Eingang Dann sähe das Tor noch Im Boden eingelassen so aus oder? Oder in der Decke eingelassen inklusive Boden Ja ne Dann wäre hier die Mitte Das heißt Müsste das ja zugemacht werden Und das Bingo Ist das richtig so? Ja ne Genau So und das Tor kommt ja hier rein Und da rein Ich hoffe mal dass das richtig ist Weil Das Zeug wegarbeiten ist echt eine lästige Arbeit Ich glaube so war das richtig So Dann basteln wir uns noch flotten Feuerstein Äh ein Feuerzeug Habe ich dafür das Zeug da? Dieses Den Feuerstein Genau Dieses Diesen Feuerstein Feuerzeug Genau Und dann gucken wir mal ob das geht oder nicht Ne Ha Es Funktioniert Die Hölle ist offen Sehr gut Das gefällt mir sehr gut sogar So Dann habe ich direkt eine Verwendung für den Lapis Lazuli Zack So Wunderbar Und hier machen wir das so rustikal mystisch Und rein In die Welt Des Unbekannten momentan noch Wir haben ein Achievement Wir müssen noch tiefer Erhalten Hallo Aua Komm her Komm her Schieß Komm her Schieß Okay wir verpissen uns wieder Tschö Machs gut Hau rein Le Komm her Gut Somit geht die erste Tour Äh Die erste Tour In die Hölle so aus Dass wir fast einen Ghost getötet haben Oder er fasst uns Okay Leute Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Wenn es heißt Let's Play Minecraft Der sollte Wenn keine technischen Komplikationen auftreten Morgen kommen Bis dahin Bleibt wie seid Danke fürs Zusehen Und Tschüssikowski Macht's gut